Musik Ok, ich spiele Jagd ohne der Harpjen und Harpjen Lady Eyes Harpjen Deck Ja, ist mein Lieblingsdeck, spiele ich immer Spielt ihr Mädels auch mal was anderes? Musik Du bist dran Ich aktiviere Elefanten Hä, warum? Wie süß! Ich aktiviere Seelenaustausch Und wieso deine Sturmkraft der Monarchen? Die habe ich leider auch nicht Musik So, das ist eigentlich nicht so ein gutes Deck Und ich bin auch keine gute Spielerin Aber es geht ja nur Spaß schließlich Musik So, ich aktiviere Twin Twister Hälfte die Karte ab Dann darf ich deine beiden zauberen Fallenkarten zerstören Dann aktiviere ich Return Und darf diese Karte Spezialbeschwören Und darf diese Karte Spezialbeschwören So Dann beschwöre ich Trias Halt! Durchbruchfähigkeit Du weißt schon, dass es nicht von der Hand geht Oh, sorry Okay, ja Ja, aber du bist jetzt dran Jo, dann aktiviere ich jetzt Moment, ich werde es erstmal mitziehen Ja, sorry Okay GG Hallo Moin Moin Das Deck ist jetzt nur für meine Freunde und die Mathe auch Aber Lass einfach spielen, oder? Hallo? Hallo! Geht das? Ja, warte Ich hoffe es ist okay, wenn sie zuguckt Ähm, ich hoffe es ist okay, wenn sie zuguckt Ich kann das Spiel auch nicht, also Ja eben Okay Dann spiele ich Rückkehr der Monarchen Okay Dann beschwöre ich Eidos Perfekt Und dann spiele ich Gedankengang Welche Stufe? Ja Welche Stufe? Hi Bye 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 Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen